Kifo! Kifo! Guten Tag, ich bin der Tobi und ich stehe gerade in Olpe auf dem Feld, wo das Kill & Grill stattfinden wird. Mega viel Prominenz, keine von den Mädels hat obenrum was an. Kann ich euch nicht zeigen, das ist normal. Und einer von den Prominenten ist eben getroffen. Man kennt ihn aus Film, Funk und Fernsehen. Sag mal was. Was soll ich sagen? Die Eckdaten zu dem Event, die kennt ihr ja mittlerweile. Soll um Spaß gehen, fernab von diesem ganzen Liga-Stress. Einfach mal ein paar coole Leute kennenlernen. Bisschen Farbe um die Ohren schmeißen. Abends ein bisschen grillen und dann mal gucken, was an Sonntag noch so möglich ist. Coole Leute, kommen eine ganze Menge. Und auch ein paar Spastis. Ich sage aber nicht wer. Ja, ist auch egal ob Teilzeit, Schnösel oder Pfannen fähig ist. Ihr müsst einfach alle kommen. Genau, so sieht es aus. Wir sehen uns. Tschuuu! Hallo, ich bin der Sascha Röder. Besser bekannt als ICPMS. So heißt doch keiner. Tschuuu! Tschuuu! Alles in Ordnung! Tschuuu! 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 TO STAND 2021!!! Untertitelung des ZDF, 2020